Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage, gleich nach diesem wunderbaren Intro. Hallo zusammen, es ist Wochenende und damit wieder Zeit für ein Special hier auf Battle Bros. Aber ich sage es gerade raus, ich hatte überhaupt keine Zeit für irgendwas. Und ich musste dieses Video hier nämlich auch vorproduzieren, denn tatsächlich gibt es heute ein ganz besonderes Special und die nächsten Tage auch noch. Während ihr das hier seht, sitze ich schon in München im Hofbräuhaus Hotel, wollte ich sagen, fängt auch mit ho an, und bereite mich da ganz gewissenhaft auf ein besonderes Experiment vor. Ich werde nämlich morgen ab Montag, dem 24. Februar, bei Galileo live ein Gaming-Experiment machen. Ich weiß nicht mehr, wie der schmissige Name lautete genau, ich hätte es genannt Zock Till You Drop. Es geht also darum, wie lange kann man Computer spielen, bis die Hirnschmelze einsetzt. Und da mache ich mit als der Spiele-Experte zusammen mit den zwei Galileo-Reportern Funda und Jan. Und ja, da werden wir schauen, wie lange geht denn das, also auch ohne Schlaf. Und ja, das hängt natürlich auch sehr davon ab, was wir dann spielen, wie schnell ich dabei wirklich wahnsinnig werde. Ich glaube, Battlefield würde ich schon eine Weile durchhalten. Und dann halt, bis die Bugs richtig durchschlagen. Aber das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß auch noch nicht genau, was gespielt wird. Aber das Ganze könnt ihr nachverfolgen auf meiner Facebook-Seite. Wer jetzt sagt, ich habe ja gar kein Facebook, ist halb so wild. Die Facebook-Seite könnt ihr auch besuchen und lesen, wenn ihr nicht selbst bei Facebook angemeldet seid. Aber das ist halt die einfachste Plattform für mich, um diesen Event live auch ein bisschen auf dem Telefon zu begleiten, ein paar Bilder zu posten, zu erzählen, wie es da so läuft. Das heißt, schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei. Da weiß ich nämlich mittlerweile auch vielleicht schon Details, wie das genau läuft. Denn ich habe durchaus vor, das ein bisschen so zu arrangieren von meiner Seite her, dass wir vielleicht ein bisschen was miteinander spielen können. Also ihr und ich. Denn es werden auch Ego-Shooter gespielt. Wurde mir zumindest versprochen. So bin ich geködert worden. Das heißt, das wird nicht nur Flappy Bird und wie der ganze Müll heißt. Also es ist bestimmt sehr spannend. Schaut mal rein. Die Wissenschaftlichkeit weiß ich nicht. Sehe ich dann. Verfolgt das Ganze mal nach. Es wird auf jeden Fall ganz cool. Also Galileo gucken. Des Weiteren könnt ihr natürlich hier weiterhin auch noch Videos schauen. Denn ich habe fleißig vorproduziert. Es wird also diese Woche Let's Plays zu Second Assault geben. Die sind mit Sicherheit auch ganz interessant. Und in der gleichen Zeit sitze ich eben live irgendwo im Fernsehen und habe vielleicht so Kabel am Kopf, um meine Hirnströme zu messen. Das wird bestimmt spannend. Zumal ja manche Leute sagen, dass ich überhaupt gar keine Hirnströme habe. Das war es also soweit von mir aus hier. Ihr könnt euch gerne auch da die beiden Videos anschauen oder mir was Schönes kommentieren oder Daumieren oder Abonnieren. All das freut mich sehr. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder eben bei, na wie heißt es, Taff? Ne, das andere.